Hypertrophie bedeutet, dass das Gewebe wächst, weil die Zellen an Volumen zunehmen, also die Zellen werden größer. Jedoch bleibt hierbei die Anzahl der Zellen gleich, weil sich ja eben nur die Größe der Zellen verändert und nicht die Anzahl. Ein Beispiel hierfür wäre eben das Wachstum der Skelettmuskulatur, zum Beispiel wenn man mehr Sport macht als davor.